Wir wollen heute den Fliesenboden putzen bei einer Kundin von mir zu Hause. Wir haben unser Universal Soft Tuch. Wichtig bei glatten Böden, die eben also keine Struktur haben, dass man wirklich diese Uni Soft nimmt. Mit den anderen gibt es nämlich Schlieren. Andere wichtige Reihe ist beim Wassertank, wenn wir den entnehmen, dass wir also bei den ersten Reinigungen wirklich ganz ganz wenig bis eventuell gar kein Reiniger mit rein tun. Mit Wasser auffüllen, schwupps. Bei dem Boden hier würde ich jetzt einfach nichts reinmachen. Den Sauger einmal schief stellen, um die Platte abzutreten. Gehe ich mit dem linken Fuß auf die drei grünen Linien hier unten. Dann fällt die Platte ab. Wir haben an der Platte selber, jetzt also auf der Seite zwei Pfeile. Da wird das Tuch einfach eingespannt. Klett auf Klett, zack, glatt streichen und egal wie rum, vor das Gerät legen. Nach hinten auf die Rollen, ganz leicht, circa mittig, dann wieder absetzen. Klar, bei der Vertreterin klappt das beim ersten Mal. Beim Kunden nicht unbedingt. Das ist aber auch nicht schlimm. Das Gerät vor, zurück, anschalten und direkt unten auf diese, diesen Taster drücken. Dann gibt der Wasser ab und in der ersten Stufe können wir dann also den Bobby zaubern und wischen. Anschalten. Unten drauf. das die Schmütter geht an und los geht.